Baby Countdown! Robbie Williams nimmt die Welt mit in den Kreißsaal. Er ist wohl wirklich der coolste werdende Vater der Welt. Robbie Williams' zweiter Nachwuchs kommt in diesen Sekunden. Seine liebste Ada liegt tatsächlich gerade in den Wehen. Und der charmante Sänger tut alles, um seine Ehefrau auf andere Gedanken zu bringen. Dass Robbys Gattin zu ihm wie Arsch auf Eimer passt, beweist auch das Video, das er zuvor postet. Trotz immer wiederkehrender Schmerzen singt und tanzt Ada, um sich abzulenken. Schwester, sie hat schon wieder das Bett verlassen, twittert Robbie charmant dazu. Ich liebe das. Ich fühle mich so Spaß. Und auch mit humorvollen Fotos geizt Robbie nicht. Wenn Ada die Wehen bekommt, dann richtig, postet der 40-Jährige weiter. Ganz klar. Der Megastar kann die Geburt seines zweiten Kindes kaum abwarten und lässt die Welt via Live-Twitter dran teilhaben. Und wenn dann so liebevolle Videos mit dem Kommentar Ich stehe dir immer bei, online gestellt werden, wissen wir eins. Die Ada hat sich einen guten geschnappt und wir können es auch kaum abwarten, Robbys Sohnemann auf der Welt zu begrüßen.